Ja, also die Messe war ein großer Erfolg. Das haben uns unsere Kunden und Partner auch wiedergespiegelt und es war ein großer Erfolg, weil wir eben auch die richtigen Produkte mit den richtigen Konzepten eben auf der Messe gezeigt haben. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Unsere neue Serie Signum, skandinavisches Design von Bernadotte und Küberg genau im Zeittrend oder unsere Serie Simplify, die eben das Weintrinken und das Weingenießen einfach macht, weil mit vier Weingläsern kann man alle Weinstilistiken letztendlich abdecken und eben Genuss erleben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020